Wir sind der Onze! Wir sind der Onze! Die GDH sind die GdK in Hannover! Die GdK in Hannover Ich bin auf Spiegelhauser und bin auf dieser Seite. Ich grüße alle neuen Tatsachen, alle Tatsachen, die sich vor dem Fall kommen. Mein Name ist Lara und ich bin von der Bienen zu arbeiten. Und ich grüße jeden, der jetzt gerade zu Hause sitzt und ich hier sein kann, um mich und mein Team zu sehen und den Fang zu feuern. Und ich hoffe, dass wir alle sehr viel Spaß haben und viel Spaß dazu gucken. Was? Ob ich da gerade runter? Wir sind sie? Weisigkeime! Klasse! Einigermaßen! Du bist alle scheiße! Ich bin gerade in der China und meine Frau. Ich bin selber an die Planet Sapphires. Und wir waren sehr gerne mit dem Team. Und wir waren sehr gerne mit dem Team. Und wir waren sehr gerne mit dem Team. Und wir waren sehr schnell gemeinsam nach dem ganzen Verein. Hallo ihr Lieben da draußen. Wir sind die Shadows Team wieder. Wir sind hier auf dem German Team Master. Und wir freuen uns schon süßig, auf die Matte zu kommen und unseren Fans zu zeigen, was wir draußen waren. Diese Meisterschaft ist einfach der perfekte Abschluss der Saison. Und wir freuen uns einfach, wie wir uns die Meisterschaft zu sehen haben. Also, in solcher Zeit ist es um uns gut zu sehen. Wir haben auch einen Tag hinaus von den White House. Und heute ist es für uns auf eine coole Meisterschaft, auf coole Programme, auf gutes Land. Wir sind die Kanunen und die großen Zwiebeln. Wir sind die Sechse, wir sind direkt. Und wir lieben diese Sport. Ich hoffe, dass wir uns sicher bleiben. Außerdem sind wir für uns selbstbewusst. Wir sind die Meisterschaft und die Dachshund. Wir sind die Meisterschaft und die Dachshund. Wir sind alle Sparten und hier sind ein so guter Team. Es gibt Spaß. Ich bin die Vara von Matte.Pau. Und ich möchte alle unsere Fans heute sagen, dass ich dann gleich nochmal über die Videos zu kommen.